Moin moin, so jetzt geht es wieder weiter mit Star Wars, Lego Star Wars und ja im letzten Part haben wir gesehen oder haben wir auch durchgespielt, dass wir aus dem Raumschiff rausgegangen sind und unser Kapitän ist irgendwie in der Luft zerbroeselt, wenn man das so sagen darf. Erst versunken und dann zerbroeselt. Und jetzt spielen wir wieder einen Druin, also den Druin, der diese geheimen Botschaft von Luke Skywalker hat, also den Aufenthalt von Luke Skywalker und wie heißt sie denn? Irgendwas mit die J? Ich weiß nicht mehr. Ich leider auch nicht. Aber beim Vorsetzen sieht man oben in der rechten Ette, bestimmt wie sie heißt. Hey, Ray, die Schrottsammlerin. Und ich würde sagen, wir bauen hier mal was auf. Hä? Ah, okay. Der Kackgold. Ein goldener Esel. Kack, 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 kack und macht mich zum Melonär. Ey, wir sind fast wieder ein echter Jedi. Boah, Jedi, du. Okay, bye. Hm, das ist kaputtgemacht. Ups. Das ist nicht kaputtgemacht. Wobiel mal hier. Schnell, also. Schnell, also. Schnell, also. Habe ich leider schon ausprobiert, funktioniert nicht. Okay. Das heißt also. Du musst nochmal. Wie, nochmal bauen, oder was? Noch mal hoch. Heißes Stimmu hier. So, warte. So, hoch. Hopp. So, jetzt bin ich oben. Hey, cool. Jetzt laufe ich. Und bam 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 bam. Spring. Und verkackt. Ausgewichtet. So, ab. Und wieder verkackt. Und los, zieh dich hoch. Spring. Und laufen, 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 laufen. Und schwingen. Und laufen. So, jetzt springen. Festhalten. Okay, das ist wieder mein Werk. So. Na, musst du. Okay. Ne, ich dachte gerade, ich muss mich da reinstellen, aber das warst du hier. Ja, siehst du. Ding, ding, ding. So. Ach, verdammt, wir hätten es reiten können. Da ist noch was. Lob, 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 lob. Yay. Cool. Yay. Du bist so faul, oder? Ich, äh, hab das sowieso Räder. Also, von daher. Irgendwas habe ich gemacht. Also. Ne. Bin ein Bye. Oi. Das sind sogar Leute. Ich glaube, der wird noch ziemlich sinnvoll. Entschuldigung. Hey. 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 Oh, was gold ist hier. Ups. Hoppla. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Technische Probleme. So. Ähm. Leider hatten wir wieder technische Probleme. Also, ähm, ja. Also, er ist schuld. Er hat, äh, die CD rausgeworfen. Also, mein Ellbogen, mein Ellbogen war wieder zu dick dafür und, ähm, hat dann gesagt, ey, die CD will ich auch mal in der Hand haben. Und ja. Ja. Somit ist die CD dann wieder aus der Konsole rausgegangen. Aber wir sind jetzt wieder an der Stelle, wo wir aufgehört haben, oder wo wir unterbrochen wurden, mal so gesagt. Und ja. Wir gehen mal hier rüber. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Nein. Hahaha. Ihr wolltet gerade wie ein Baseball. Doom. Oh. Attacke. Kann ich irgendwie hoch, glaube ich. Ne. Was ist hinter mir? Achso. So ein Vogelin. Das wird mich zerstören. Ich hab das Gefühl, du kannst was bauen. Ich kann hier hoch. Okay. Kannst du noch was bauen? Mal gucken, was... Ui. Ui. Hopp. Und. Hopp. Hopp. Und geschafft. Und nicht geschafft. Okay. Ähm, magst du vorher mal hier aufbauen? Vielleicht ist da ja was noch für mich drin. Okay. Hm. So, mal hier hinstellen. Hopp. Hopp. Hm. Keine Ahnung, wozu das ist. Ah, es geht weg. Irgendwas muss man da mal machen. Frage was. Ah, okay. Bist du da ran? Ne, ich. Ne. Und zählen. Ah, ich kann schwingen. Hier. Mit. Mensch, schwing mal hoch da. Ja. Ui. Ich will auch. Ui. Was soll denn? Das ist natürlich direkt kaputt. Mann. Los, nehm deine Kraft. So. So. Ach, das ist gar nicht so schien. Ich hab doch gesagt, ich komme wieder. Ja, das ist wieder raus für dich. Und. Dreh durch. Dreh durch. Dreh durch. Dreh durch. Dreh durch. Peng. Alles okay da oben? Aber natürlich. Ach. Wie. Da ist was für dich? Hey, ich kann hier ja nicht, glaube ich, hoch. Moment. Keine Charaktere. Hey, ich kann da rein. Super. Ah, hier. Hecken. Konzentration lohnt sich. Ich schätze mal, das ist für dich. Hä? Wo braucht man Stopp? Hä? Wie du den wieder kriegst, weiß ich leider nicht. Ah, da ist. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Sprengen, schrengen, schrengen und... Oh. So, alles kaputt machen. Hier, warst du schon dritter? Nee, leider nicht. Achso. Da kommen wir nur mit Luke Skywalker rein. Den musst du hochhüpfen. No, laber nicht, springe. Soll ich dir leuchten. Wo hängst du denn da? Unten. Nee. Da hinten ist noch was. Ah, okay. So, dann probiere ich mal wieder hochzuspringen. Ah, du bist zu weit an der Kante, habe ich das Gefühl. Achso, schön. So. Ha, geschafft. So. Und der ganze Akt von vorne. Falsche Richtung. Ne, hier kann ich nicht durch. Was sagt denn da Fragezeichen? Einmal gegengeschlagen. Ah. Sliden. So, wir müssen einsammeln. Und hier kann ich wieder rüber. Glaube ich. So. Oh. Das ist so, es ist... Aber weiter kann ich dir leider nicht folgen. Hier ist was. Hier können wir, glaube ich, wieder weiter. Die Frage, wie ich weiterkomme. Ja, ich helfe dir. Okay, das war vielleicht eine schlechte Idee. Willst du was aus dem Mod? Ich bin runtergesprungen. Nein, das geht nicht, bis ich den Droiden hier hochbekomme. Okay, das geht nicht. Dann auf eine andere Richtung? Päng. Hä, das geht auch nicht. Hm. Hm. Und da oben? Das kriegen wir schon da hoch. Ah, hier. Glaub ich. Also gut. Mal sehen, ob ich den Tierjäger hochwinden kann. Wo bist du? Liest du was? Warte. Ah, ich glaube eher hier. Oh, oder auch nicht. Oder auf der anderen Seite. Oder wenn du dann einfach den? Gern geschehen. Ich habe Arbeit für dich. Hast du? Ja, habe ich. Sehr cool. Ich fühle mich nicht so nutzlos. Du bist nutzlos. Eigentlich schon. Eigentlich schon. So. So. Hier ist es. Und mal fix. Kreise. Yay. So. Das war dann das E-Sack. Und jetzt auf der anderen Seite. Kannst du den Ausgang für uns öffnen? Töne durch. Okay, wieder ziehen. Ich laufe mal schon raus. Hier sollte der Weg frei sein. Well. I will. Oh. Oh? Kann geschehen. So, neues Level added! So. Ja. Erstmal fortsetzen. Ne, ich würdest erst sagen, wir beenden den Part. Oder so. Oder bist du schon so gehypt auf das... Aber natürlich. Hört sich gerade nicht so überzeugt an. Natürlich bin ich gespannt auf den nächsten Part. Jo, also. Wie immer. Support ist kein Mod. Däumchen hoch, Kommentar runter lassen und fettes Abo lassen. Und natürlich in der ersten Videobeschreibung, also da unten, findet ihr seinen Kanal. Einfach raufklicken oder auf der Endcard auf der Seite. Also da unten auf der Endcard ist ein P, glaube ich, oder ist es sein Gesicht? Das ist ein P. Ist ein P. Also einfach da auf ein P klicken. Oder wenn ihr kein Star Wars mehr verpassen wollt. Oder wie ich das immer nenne, Super Star Wars. Und ja. Also, wir sehen uns. Und bis dann. Ciao, ciao!